Kapitel 14 Geheime Kräfte Oliver Hausmann, Chef von weltweiter Werbung, sitzt mit wichtigen Kunden im Präsentationsraum, als seine Kontaktlinsen eine dringende Mitteilung seiner neuen Assistentin einblenden. QuantityLand 2 hat offiziell Beschwerde eingereicht. Schade, so eine unangenehme Entwicklung. Oliver stöhnt. Er ist für QualityLands neue Tourismuskampagne verantwortlich. Tolle Slogans hat sein Team sich ausgedacht. Verbringen Sie Ihre Quality Time in QualityLand. Oder come to where the quality is. Come to QualityLand. Aber nun gibt es Spannungen mit den Nachbarländern und zwar nur, weil man an den Grenzen schildert mit dem Hinweis You are now leaving the Quality Sector angebracht hat. Oliver tippt mit seinen Fingern auf einer nur für ihn sichtbaren, frei im Raum schwebenden Tastatur eine Antwort. Der Streit wird dadurch beigelegt, dass alle akzeptieren, dass QualityLand kein mächtiges Land ist, sondern das Mächtigste. Kriegen Sie nicht gleich wieder Ihre Monatsblutung. Er macht eine Sendengeste und die Nachricht wird verschickt. Natürlich hat der firmeninterne Algorithmus für politische Korrektheit vorher noch Olivers letzten Satz gelöscht und durch Machen Sie sich keine Sorgen ersetzt. Oliver wendet sich wieder seinen aktuellen Kunden zu. Ähm, was wollte ich gerade sagen, fragt er lächelnd. Äh, vielleicht wollten Sie mir ja erklären, sagt Aisha, Ärztin, wie Sie auf die Idee gekommen sind, dass irgendeines der Probleme in Ihrem belanglosen Leben relevanter sein könnte, als der nächste verfickte Präsident dieses bekackten Landes. Nun ja, die Umfragen deuten ja eher auf Koch. Und Ihr Job ist es, das zu ändern, Sie trotteln. Oliver drückt mit Daumen und Zeigefinger gleichzeitig auf seine geschlossenen Augen und schaltet dadurch seine Augmented Reality-Linsen auf Standby. Ähm, Verzeihung, sagt er, aber ich bin mir sicher, wenn Sie unser neues Kampagne-Winio gesehen haben, wird sich Ihre Laune bessern. Ich selbst bin total begeistert davon. Na, nun, dann legen Sie mal los, sagt Tony, Parteichef. Oliver will den Film gerade starten, da kommt John of Us plötzlich zur Tür herein. Was machst du denn hier, fährt ihn Aisha an. Sie schaut auf ihre Uhr. Du musst doch gerade ein Video-Interview geben. Äh, das tue ich auch, sagt John. Jetzt, fragt Aisha, jetzt gerade? Man nennt das Multitasking, gute Frau. Etwas, das meinesgleichen seitdem Amiga beherrscht. Ich weiß, dass Menschen sich immer noch damit schwer tun. Nenn mich nie wieder, gute Frau. Wie kannst du ein Video-Interview geben, wenn du hier mit uns sprichst, fragt Tony. Für sie besteht kein Unterschied zwischen Text, Bild und Ton, sagt John. Für mich sind das alles einfach Daten. Ich empfange die Fragen als Daten. Für die Antworten synthetisiere ich meine Stimme und generiere ein lippensynchrones Bild meines Gesichts dazu. Und glauben Sie mir, das lastet mich nicht mal annähernd aus. Dazu sind die Fragen zu dumm. John setzt sich. Bitte, sagt er auffordernd. Oliver startet das Werbevideo. Man sieht John of Us, wie er lächelnd an einer Menge begeisterter Menschen vorbei, die Stufen zum Präsidentenpalast hinaufschreitet. John schüttelt Hände, hält ein kurzes Schwätzchen und nimmt schließlich sogar ein Baby in die Arme. Plötzlich stürmt ein Mann mit Maschinengewehr, gekleidet in der klassischen Kluft der religiösen Fanatiker aus Quantity Land 7, auf John los. Er ruft seinen Gott an, aber noch bevor er zu Ende gesprochen hat, schießen rote Laserblitze aus Johns Augen. Und von dem Angreifer ist nur noch ein verkohlter Haufen übrig. Okay, stopp, ruft Aisha. Sie wendet sich an Oliver. Vielleicht sollten wir das hier lieber weglassen. Äh, wieso denn? fragt Oliver konsterniert. Er ist gerade von dieser Stelle begeistert. Wahrscheinlich, sagt Aisha zu John, sollten wir sogar niemandem auf der Welt erzählen, dass du so etwas überhaupt kannst. Sie blickt ihn an. Kannst du das wirklich? John fokussiert seinen Blick auf eine umherschwirrende Fliege, die ihn schon seit 25,6 Sekunden genervt hat und verbrennt sie mit einem kurzen Laserimpuls mitten in der Luft. Mach das nie wieder, ruft Aisha. Ich verbiete es dir, hörst du? Ich verstehe gar nicht, was sie haben, sagt Oliver. Ich finde das tierisch. Sagen Sie mal, sie trottel, beginnt Aisha. Hat ihn jemand mit Diarrhoe ins Gehirn geschissen? Glauben Sie ernsthaft, wir können die Menschen dazu bewegen, den Terminator zu ihrem Präsidenten zu wählen? Wie hilferbrennt muss man sein, um sich ein solch betnacktes Image auszudenken? Oliver ist nicht mehr derartig beleidigt worden, seit er vor 16 Jahren versucht hat, die Verlobte seines besten Freundes ins Bett zu kriegen. Er bietet einen seltenen Anblick. Ein sprachloser Werbefachmann. Jemand hätte ihn vorwarnen sollen, sagte John lächelnd. Konrad Kochs Kampagne versucht, uns rechts zu überholen, Aisha, sagt Toni. Ganz weit rechts. Wir müssen klarstellen, dass auch mit John nicht zu spaßen ist. Man besiegt die verdammten Wölfe nicht, indem man mit ihnen heult, sagt Aisha. Wir können die Rechten nicht schlagen, indem wir rechte Parolen grölen. Ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, sagt Toni, aber ich glaube, sie sind da aufgrund ihrer Herkunft nun ja voreingenommen. Sie sehen das nicht objektiv. Was wollen Sie damit sagen, Sie verfluchter Schmalspurfaschist, fragt Aisha. Ich bin auch eine von denen, oder wie? Eine Kanackin. Aisha, bitte, sagt Toni. So war es nicht gemeint. Nein? Wie? Verdammt nochmal war es dann gemeint. Ich sage Ihnen, wenn die Leute Scheiße wählen wollen, werden sie immer die Original-Markenscheiße wählen und nicht die aufgewärmte Instance-Scheiße, die sie anbieten möchten. Sie hat recht, sagt John. Wenn ich historische Beispiele in die Zukunft extrapoliere, erscheint auch mir die Strategie schlecht gewählt. Wir sind, was wir vortäuschen, und deshalb müssen wir bei dem, was wir vortäuschen, vorsichtig sein. Der Spruch ist doch nicht von dir, sagt Aisha. Aisha, nein, gibt John zu. Von dir gut, fragt Aisha. Ja. John blickt sie durchdringend an. Was glotzt du so? Ich revidiere meine Einschätzung ihrer Person. Oliver räuspert sich und versucht, zum Thema zurückzukommen. Wir werden das Video natürlich personalisiert, nur mit Leuten teilen, die wollen, dass unsere harte Linie gegen die Terroristen gefahren wird. Wenn dieses Video ins Netz gelangt, reiße ich Ihnen persönlich die Eier ab und benutze nie beim nächsten Mädchenabend mit meinen Freundinnen als Cocktail-Oliven, sagt Aisha. Aus irgendeinem Grund nimmt Oliver dieser gerade mal 1,61 Meter großen, zierlichen Frau ab, dass sie das tatsächlich kann und es auch tun würde. Sie haben ja eine beeindruckend intensive Bildsprache, sagt er. Wir brauchen solche Leute, wenn sie mal keine Lust mehr auf Wahlkampf haben. Aisha gibt ihm mit einer eindeutigen Geste zu verstehen, dass er schweigen soll. Sie verfolgt eine Idee. Was wir erschaffen wollen, ist nicht das Bild der Killermaschine, sagt sie schließlich, nicht Terminator. Was wir brauchen, ist eher Wally. John lächelt. Bis zum nächsten Mal. Ich muss mal ein paar Minuten hintermachen. Vielen Dank.